Lufthansa 28 Hotel, kontakt Wienrader, 134.35, servus! 134.35, Lufthansa 28 Hotel, bye bye! 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 144.35, Lufthansa 28 Hotel, bye bye! 144.35, Lufthansa 28 Hotel, bye bye! 144.35, Lufthansa 28 Hotel, bye! ich mal gucken das ist eine schöne rolle Wiesbücher so jetzt muss ich doch kurz was probieren Ich mache das eigentlich mit Farbkurven hinzufügen und dann habe ich da schon so meine Vorlagen, wo ich dann immer diese verschiedenen Layers dann einfach drauf habe. Aber ich mache das generell mit Farbkurven, da musst du einfach ein bisschen was zusammenstellen. Wien-Räder, hallo, Schönergarten, Pond A, WM-D4, Pending 12200, Quarling 2, WM-D0. Wallafolli, D1284, good evening, Wien-Räder, identified. Das Auto fertig. Was? Da ist es fertig. Moin-Huin. FedEx 849, they are requesting descent. FedEx 849, they send flight level 110. Descending 110, FedEx 849. Da glaube ich sie dort ist. Ja. Er ist fertig. Was wird fest? Was wird fest. Ja, der ist. Da ist sie weg. Das hat hat. Es wird fest. Und hier ist wieder hier. Ich habe zu sehen. Das sieht ganz schön. Eurowings 1-2-3, Climb Flight Level 1-6-0 Climb Flight Level 1-3-0, Eurowings 1-2-3 FedEx 849er, contact Wienradar 1-3-4, 3-5, bye-bye Wienradar 1-3-4, 3-5-0, FedEx 849er, bye-bye Wienradar, guten Abend, EZ-8 for Romeo X-ray with you, Flight Level 3-1-0, over Varop EZ-8 for Romeo X-ray, hello, Wienradar identified Gewaith Vielen Dank. Vielen Dank. Mit Kontrast verstärken machst du, ich ändere die Farbkurve. Also kann man sehen, wie man will. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, du musst ein bisschen spielen damit. Also das schaut wirklich ganz nice aus. Das kann schon was. Wie gesagt, das ist halt immer ein bisschen Arbeit und immer viel Rendern und hin und her. Das ist ein bisschen zeitaufwendig. Aber ich glaube, das Ergebnis soll sich ausdauen. Eurowings 123, make a left turn, direct Mokti. Turn left, direct Mokti, Eurowings 123. Okay. 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 Vielen Dank. Bien Radar, good afternoon, Speria 084 with you, flight level 340, direct, Milgo. Speria 084, good evening, Bien Radar, reset squawk 2014. 2014, Speria 084. 2014, Speria 084, good evening, Bien Radar, good evening, Good evening. Servus. Connect Mention 129, Dessal Metal 1, Jungs 123, danke für den Service und bis zum nächsten Mal. Speria 084 in Raider Contact. Easy 8 for Romeo X-Ray, Rally for Descent. Easy 8 for Romeo X-Ray, Descent Flight Level 130. FSX Freak, Servus, grüß dich. könntest Du wütend. intooperation, Titeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldel cs�. qualified을 받아다듬한 봤 Dann,하면, KG-20 2, 5 Kings 119-2. An angesVID Brandberg Von 169-7-1. 관심 129, 5 Kings 119-3. 60-10-4. AC завiz sow Catch- damages. Be assembled Rallye 2, world Rallye 1. I am not tired. ear страш η Ninos 129-8 in upper nom 209. I wentす 굳 propeller yourたと coc難D hào, scored 7-22410-121. I knew it here, we started 15. Lufthansa 1416, good evening, Wien Raider, Reset Squawk 2006. 2006 for Lufthansa 146. Lufthansa 1416, Redekontakt, confirm your direct Kugol. Direct Kugol, confirmed. Yep! looks like 100 grams and looks like about mañana. Lufthansa 15, hello? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hesperia 084, contact Ljubljana, radar 121.375, bye bye. Radar 121.275, goodbye, holiday 124. Holiday 121.375, not for you. Please stay on my frequency. Sorry, but frequency is not 130.225, Ljubljana radar. Negative, we have an upper radar 121.375. 121.375, thank you for your service sir, goodbye, 084. Easy 84. Easy 84. Easy 84. Okay, holiday 1284, descent flight level 130. Descending level 130, holiday 124. Easy 84, Romeo x-ray contact Ljubljana, radar 135.275, bye bye. Okay. 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 1,375. 1,375.225. 1,375.225. Ljubljana radar, 9-575. Ljubljana radar, 090.225, halloween radar, identified. World of Holiday 1284, contact Ljubljana, radar 135.275, bye bye. Okay Okay Lufthansa 1416, Contact München Radar 129.1, bye bye Contact München Radar 129.1, Lufthansa 146, thank you Thank you Ah ja, ist das jetzt schon fix mit der Reiner, ja? Was pflegt die für Destinationen? Ja, okay, da kann er jetzt nichts dafür, dass es einen Alert gibt, weil die EZ-84 Romeo X3 hat sich gerade wieder connected, das ist natürlich jetzt eine ganz super Sache, ja. Aber gut Dublin und Hamburg Hamburg Flickt jetzt Eurowings Ja Berlin, okay, ja Berlin ist relativ Lufthansa nach Hamburg Und Ryan, ja, sehr schön Ja, warum nicht, ne? Ja Ja Na ja, mit Ryan, ja, weiß ich nicht, ob du direkt Geschäftsreisen machst Lufthansa Aber Lufthansa und so, ja, ja, dich schon Wien Radar Wien Radar, good evening, Adria 108 At Flight Level 240 Inbound Trasta Adria 108, hello, Wien Radar identified Continue climb Flight Level 280 Continue climbing to Flat Level 280 Adria 108 Continue climbing to Flat Level 280 Adria 10 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 ambient response Adria 10 Adria 10 Lufthansa 299 Request Descend Lufthansa 299 Descend Flight Level 130 Descend Flight Level 130 Lufthansa 299 Lukas, ich lass es lieber mitbearbeiten, ist zu anstrengend, also wie gesagt, kein Bock das bei jedem Video zu machen, viele sagen unter Bearbeitung sieht es am besten aus, also ja, also ich finde, wenn man das bearbeitet, hat das schon so einen gewissen Touch, ja, ich meine, ein krieg es hin, dass das einwandfrei ausschaut, aber ich krieg heute das nicht hin, ja, da ein bisschen Nachbearbeitung, ein bisschen Farbe reinbringen, Das hat mit Sicherheit auch ganz gut was, ja. Das ist ja auch ganz gut. Das ist ja auch ganz gut. Nein, ich habe noch keinen Sohn, das ist ja auch gut so, kann ich jetzt noch nicht unbedingt brauchen. Der Tim, ja, ja, die größten Gegner da, ja, immer alles billig, ja, die größten Reihen Laufthansa 299, 5 Minuten, all of the cockpit. Okay, report back. Easy 84ROMUXRAY, no problem, now contact Ljubljana, frequency 135.275, bye bye. 125.275 for easy 84ROMUXRAY and sorry about that, thank you very much, bye bye. Oh, Donut is online, juhu. Wien Radar, servus, Lufthansa 5 Mike, bravo, passing Flandlevel 250 and climbing Flandlevel 270. Lufthansa 5 Mike, bravo, hallo, Wien Radar identified. Wien Radar, schönen guten Abend, Lufthansa 368, flight level 280. Lufthansa 368, hallo, Wien Radar identified. Wien Radar, good evening, easy 66 LUMO with your flight level 370 direct Lumos. Easy 766 Zulu, hallo, Wien Radar identified, expect Lumos flight level 130. Lufthansa 368, hallo, Wien Radar, good evening, easy 70. Lufthansa 368, hallo, Wien Radar, good evening. Lufthansa 368, hallo, Wien Radar, good evening. Ah ja, lad was von Amsterdam hoch, is ja klar, ne? Kack, bun. Lufthansa 298, hallo, is wieder im Cockpit. 298, hallo, Wien Radar, good evening. Weiiiil, ja laddam hat ja schon jeder, ne? Mh, hm. 309. ато 329. 진짜 609. 309. 3187. 4028. 4180. 31b. 42 42. Und der, der vorhin im Zimmer war. Wienradar, Adria 112, on flight level 260, direct to Rasta, servus. Adria 112, servus, Wienradar identified. Da war wie ein Junge herinnen, das war aber nicht mehr so. Isi 766 solo, das ist an flight level 130. Isi 766 solo. Sondern mein Cousin, ja. Der war da kurzzeitig bei mir herinnen. Adria108, contact Wienradar, 134.35, bye bye. Can you repeat for Adria108? Adria108, contact Wienradar, 134.35. Contact Wienradar, 134.435, Adria108. Der war so. Ähh, Laddarm, doch, doch. Das hat schon jeder. Da brauchst du nur mal nach München kommen und da rennen die Teile erstmal über den Haufen, he. Ohne dass ihr das wüsst, he. Lufthansa 5, Mike, Bravo, Design Flight Level 130 Design Flight Level 130, Lufthansa 5, Mike, Bravo Wien Radar, guten Abend, Lufthansa 236, direkt Raster Lufthansa 236, guten Abend, Wien, Raider, Identified Lufthansa 299, Contact Ljubljana, Raider 135.275, bye bye Contact Wien, Raider 135, Disney 275, Lufthansa 299 Na ja, das sind schon einige Outbounds da jetzt in Ljubljana Passt gut Gut, ich frage, wie alt schätzt du mich denn? Und so geht's ja auch nix verkehrtes Also ich bin noch keine 40, ja Ja genau, alt genug, leider 28, gottseidank noch nicht, gottseidank noch nicht Bisschen jünger bin ich doch noch, ja Ich bin 25, ähm Gottes, bin 25 schon wieder, ja Ja genau Wien, Raider, good afternoon, Swiss 1583, 11340 Swiss 1583, hallo, Wien, Raider, Identified Continuous flight, Swiss 1583 Okay Wienrader, schönen guten Abend, Lufthansa 5, Röme Maik, Flight Level 2, 4, 0, Inbound, Rassen. Lufthansa 5, Röme Maik, hallo, Wienrader, Identified, Continue, Climb Flight Level 2, 6, 0. Climb Flight Level 2, 6, 0, Lufthansa 5, Röme Maik, danke. Lufthansa 3, 6, 8, Request Descent. Lufthansa 3, 6, 8, Descent, Flight Level 1, 5, 0. Descent 1, 5, 0, Lufthansa 3, 6, 8. Wien Tower, ja, wer weiß, was die Zeit noch so bringt. Aber wahrscheinlich wird es nicht gleich Wien Tower werden. Das wäre natürlich schon ganz cool, ja, aber schauen wir mal. Oder ist der, äh, able to see us on radar? Easy 766 Uli, you have fully identified. Ajo, thank you. Lufthansa 5, Mike Bravo, contact Ljubljana Center 135.275, bye bye. Ljubljana Radar on 135.275, ciao, Lufthansa 5, Mike Bravo. Ljubljana, line�ow, good evening. Ljubljana, eyesl takaлич dura, contact Ljubljanaern 364, goodbye bye. Ljubljana1 34.35, bye bye. Wienradar, guten Abend, Russa 51, Passing to level 210, Climbing 240. Russa 51, guten Abend, Wienradar, Identified, Continue Clim, Fly level 280. Continue Clim, level 280, Russa 51. Good day, Wienradar, 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 243, Michael, with you, Climbing flat level 240. Rainer243, Mike, Good evening, Wienradar, Identified. Da gibt's noch ein bisschen Geburtstagskomplitation, oder wie? Vielen Dank. Vielen Dank. Swiss 1583, Kontakt München, Radar 129.1, Servus. Swiss 1583, can you repeat the frequency, please? Frequency 129.1. Roger 129.1, Swiss 1583, Ciao. Adria 112, Kontakt Wienradar 134.35, Bye-bye. Kontakt 134.350, Thank you for your service, Servus. Wienradar, good evening, the KLM 142, passing the Aborti, climbing 300. KLM 142, good evening, Wienradar identified, climb flight level 300. Climb 300, thank you, KLM 142. H cavalieres into theheen, wake up, good evening, and will be done with children. Need it good to go? This was a good evening. drowned in the ηบ pores. café, go up and creamSerra, soient good to see them, Lufthansa 236, kontakt Wienradar 134.35, servus. Wienradar 134.35, vielen Dank für das Service. Servus, Lufthansa 236. Servus, Lufthansa 236.35, servus. Lufthansa 5, Romeo, Mike, kontakt Wienradar 134.35, servus. 134.35, servus, danke. Lukas, als was machst du die Ausbildung? Was geht los? Ruscha 5.1, request Descends. Ruscha 5.1, we'll call you for Descends, due to traffic, continue on flight level 280. Continue on 280, Ruscha 5.1. Wienradar, schönen Abend, Adria 178, flight level 230. Adria 178, hallo, Wienradar identified. Feinwerkmechanik, ok, nice. Wien Spotting, schönen Abend, hallo. Russia 5.1, Descends, flight level 200. Descends, flight level 200, Russia 5.1, easy 766, Zulu, contact Lubljana, Radar 135.275, servus. 135.275, easy 30, Zulu, thank you, bye bye. Ryanair 243, Mike, Descends, flight level 130. Descends, flight level 130, Ryanair 243. Amber 254, budget 244, AIR 254, early Tomber, walks in the city ofuciones, step 2, risk of sleep 1, region Zoom, represent Atlantis,ion webinar 244, ils tre가iviisposive, les прокур receivers, regres Daten,自己房东ि call suicidal 114, He我是 866, ustedes 766, línea 245,500ゆый dimension aborderes, Weißt du es? Oder? Ja. Nix da, oder? Nein, hätte ich jetzt warten auf das, was der Sachverständige schreibt. Ja, das Gutachten. Genau, und dann war ich nicht. Nein, schauen wir. Schauen wir. Ich habe dann zwar anders hergestellt, Bernhard, aber du wärst schon da. Ich glaube auch. Ja, danke schön. Russia 5-1, Contact Wien Radar, 1-3-4-3-5, bye-bye. Contact Wien Radar, 1-3-4-3-5, Russia 5-1, thank you, bye-bye. Die Astrian 9996. Wo ist er denn unterwegs? Wo fliegt er denn? Das ist immer ein bisschen blöd mit dem Suchen da. Soll ich ihn jetzt finden. Das ist ja gut so, Tim. 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 Das ist ja gut. Das ist ja gut so, Tim. Also, jetzt. Das ist ja gut so, Tim. Das ist ja gut so, Tim. Ja. Dann können Sie mal wiederholfen. N976-1,IMB-3-3,4-4-3,4-4,5-4,7-4-3,4-4-4,5-4-4,5-0. Was ist jetzt in Ljubljana? Ja, das ist schon ein bisschen was. Ah, da kommt die Austria 9996. Sehr schön. Rainer 243 Mike konnte Ljubljana senden 135.275. Bye bye. 135.275, thank you very much. Thank you very much. Okay. 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 What is that? Okay. Alright. � Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Adria 178, contact Ljubljana Center, 135.275. Servus. 135, 275, Adria 178, goodbye. KLM 142, contact Queen Raider 134, das ist mal 355, schönen Abend, servus. Servus, KLM 142. Okay. Vielen Dank. Scandinavian 185, we are at top of descent, requesting descent. Scandinavian 185, descent flight level 130. Descending flight level 130, Scandinavian 185. Scandinavian 185, descent. 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 Lufthansa 45 Echo, hallo, Wien Raid Identified. Lufthansa 45 Echo, hallo, Wien Raid Identified. Lufthansa 46 Echo, hallo, Wien Raid Xinberg, hallo, wien Raidxual, Wien Raid Universal, hallo, Wien Raid Kurtz bekommen. Dornado, hallo, wien Raid autismimasarias, wobei다가 hello. Wiener Räder, good evening, Air Berlin, 609er, passing flight level 230, inbound raster. Abel in 609er, hallo, Wiener Räder, identified. Die sind mehr als 2000 Fuss auseinander, das passt gut. Die sind mehr als 2000er, hallo, Wiener Räder. Die sind mehr als 2000er, hallo, Wiener Räder, good evening, Air Berlin, 609er, passing flight level 230, inbound raster. Ja, heim, wohnst du nicht zu heim, äh, daheim oder was? Schläfst du im Heim und machst nebenbei die Ausbildung oder wie? Okay. 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 Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Second frequency for Adria 991 echo, I hear you very low. Adria 991 echo, the frequency 134.35. Second frequency for Adria 991 echo, the frequency 134.35. Second frequency for Adria 991 echo, the frequency 134.35.275. Wer ist denn da jetzt da? Aha. Okay, okay, okay. 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 Good. 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 So, die Transaie wer geht dann rüber, und wo geht die hin, nach Klagenfurt. Wienradar, Good Evening, Adria-102, Flight Level 260. Adria-102, Hallo, Wienradar, Identified. Transaie 6464, Contact Wienradar, 134.35, Bye-bye. 13435, Transaie 6464, Thank you, Goodbye. 12435, Yup. So, jetzt sind wir der Reve-Roots. 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 Ryanair-9A45, Descend Flight Level 130. Die Sending-130-1945. Adrien-9A45, Descend Flight Level 120. 0 inbound ctc adrian anna lima hallo weinrader identified Irr2 n Wienradar, guten Abend, Lufthansa 39 Juliatt, Flatt Level 300. Lufthansa 39 Juliatt, Hallo, Wienradar, Identified. Wienradar, Hallo, Transavia V1 Uniform, Flatt Level 230. Transavia V1 Uniform, guten Abend, Wienradar, Identified. Wienradar, Trioded. Wienradar, T Adria102, kontakt Wien Raider, 134.35, bye-bye. 13435, Adria102, goodbye. Rainer945, kontakt Ljubljana Center, 135.275, schönen Abend, bye-bye. Rainer945, 135, 275, danke sehr, dir auch, ciao. Frankenwand, ist ein Flight Level 2, 3, 0. Ist ein Flight Level 2, 3, 0, ich weiß auch das Cockpit verwandeln. Ist er berufend, report back. Willkommen, Frankenwand. So, die senkt, die sendet er jetzt zuerst oder kommt er erst wieder zurück? Wahrscheinlich. Ja, ja, wurscht. Jetzt verstehe ich noch nicht ganz, da gibt es die Iwachsi, die Abiri, Anusberta, kommt und unten, die Tissma, die Psa, die Klage, die kommt da oder her, und die Iwachsi. Da gehören die, die Revelruts, überarbeitet da in Klagenfurt, wenn wir da das, etwas. Weil, 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 wenn ich auf Maps gehe und ich klick mal Klagenfurt, die da sein, ne? München, Nervais, 706, Request Descent. München, Nervais, 706, Descent, 8000 feet, Q&H, 1019er. 8000, Descent, 1019er, München, Nervais, 706. Dann legen wir das da drauf, dann, äh, scheint mir da eine andere Anu auf, wie ist das da? Pumukon Alpha, die gibt es gar nicht mehr. Naja, muss man sich mal anschauen. Franken One, und Frequency? Franken One, wir wollten uns Grab zurückmelden. Perfekt, Continuedesign Flight Level 1, 3, 0. Continuedesign Flight Level 1, 3, 0, Franken One. Ahm, Wienräder, bitte, Jürgen Stree, Romeo, schlappern wir bei meiner Frau, dann, Jumo. Jürgen Stree, Romeo, guten Abend, Wienräder, Identified. Ich acrosswar, oh, 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 oh. Ja, wäre darüber nachdenpannt, wie ein G Abram, es würde sichёр�an'dèmlich davon auflegen, wie das, auch wenn ich всёle Isargel lucht. Bisodschafe einpeeкол. Jvième Grundaktärung für Walplay 1, 3, 0, wenn man jetzt€itty wird bisestrarien nichts Liebe, Da ist schon ganz gut aus dabei, alles gut, alles gut. Da rührt sie was, oh ja, das ist schön, passt gut. Alles gut, alles gut. Der ist auf 230 und der ist auf 220 Post. So, da geht die Klagen, wird rein. Hier drauf. Das ist schön. 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 Wiedersehen. Tschüss.. Der. Wir sind Level 130, Transavia 4-1 Uniform. Wienradar, guten Abend, Lufthanser 2-Eco-Mike, Flight Level 2 4-0 im Bordraster. Lufthanser 2-Eco-Mike, hallo, Wienradar, identified, continue, Climb Level 2-8-0. Climb Level 2-8-0, Lufthanser 2-Eco-Mike. Lufthanser 2-8-0, Lufthanser 2-8-0. München Airways 706, you cleared for the published ILS Approach, Reinway 28, Report Win & Final. Cleared for published ILS Reporting Final, München Airways 706. Adria-Niner Lima, Descent Flight Level 110. Descent Flight Level 110, Adria-Niner Lima. Easy 2-9-0-7, Turn Right, Heading 210, Cleared, Lock Demi, East Approach, Reinway 26. Heading 210, East Approach, Reinway 26, 2-9-0-7. Video 11, Daniel Bordraster, trafficпол, Division 0. Top 8-0-7-4, Time 0. Sorry for lunch, Lemacher 10, ILS firearm 60, 3-0-8-1. Vielen Dank. You're having three Romeo, they send flight level 130. They're sending 130, you're having three Romeo. Transavia 4-1-Uniform, reaching Lumos. Transavia 4-1-Uniform, contact Ljubljana, 135275. Schönen Abend, Servus. 135275, danke dir, ciao. Adria Niner, Lima, contact München Approach, 123.9, Servus. 123.9, Adria Niner, Lima, danke schön, tschüss. VN Radar, good evening, this is Rainer0921, direct Lumos, flight level 230 with you. Rainer0921, good evening, VN Radar identified. Ja, Telefon, Gott sei jetzt, out of business now. Dann gehen wir doch schnell in den Squawk da. EuroWingstreeRomeo, contact Ljubljana, 135275. Schönen Abend, Servus. 135275, EuroWingstreeRomeo, danke schön, Servus. Servus, ähm, auf Wiedersehen. Easy2907, wenn Kameranway26 cleared to land. Cleared to land to six, easy2907. Man hört mich nicht, man hört dich nicht, man hört mich nicht. Oder schon. Ja, irgendwie hört man mich schon, oder nicht? Man hört mich nicht, man hört mich nicht. Doch, man hört mich. Doch. Ach. Verzückern Blödsinn, ne? So, dann schicken wir mal da rüber. Aha, der ist weg, die Rainer. Naja, warum nicht? Haha. Na was? Hört man mich jetzt, oder hört man mich nicht? Haha. Ist eh besser, man muss eh nicht immer alles hören, ja. Green radar load, this is Austrian 952, confirm you're not responsible for, äh, Innsbruck ground. Austrian 952, äh, doch, ich bin auch zuständig für Innsbruck. Hallo. Okay, hallo. Wien-Servus, oldie-9239, flight level 215, climb E230. Oldie-9239, hallo, Wien-Raid-Identified. Na, oldie. So. So. Lufthansa 2, Ecomike, contact Wien-Raidar, 134.35, schönen Abend, servus. 134.35, Lufthansa 2, Ecomike, ciao. Wien-Raidar, Lufthansa 2, Ecomike, is on 2400, next waypoint, raster. Romeo Alpha, Sierra Tongo Alpha. Lufthansa 2, Ecomike, schönen guten Abend, Wien-Raidar, identified. So, in Innsbruck landet gleich die EasyJot. Ah ja, ist ein Out of Room. Aber schaut ganz gut aus. Ja, das stimmt, ist ein bisschen unnötig. Da ist zwar noch Gimmicks drin, jetzt geben wir noch mal Raster ein. Aber ja, besonders wenn sie es extra gut meinen und das so zum Buchstabieren anfangen, ne? Romeo Alpha, Sierra, Dego Alpha. Nein, ich meine, alles in Ordnung, ja. Müsst vielleicht nicht sein, aber ja. Warum denn nicht, ne? Ja, ich sag's eigentlich auch nie. Also wirklich, alles, das sollte nass, das steht drinnen, nicht direkt oder was auch immer. Direkt, das steht drinnen nur Kohlsein oder... Lufthansa 2, Ecomike, darf man das aus Cockpit. Alles klar, Report back. Ich hoffe, der hat das jetzt verstanden. Ich wünsche noch bei 7.06, Final runway 26, rein. München, ja, bei 7.06, Windkamera, runway 28, clip to land. 28, clip to land, München, ja, bei 7.06. So, da kann man jetzt irgendwo Land eingeben, oder? Nö, 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 nö. Das ist immer so eine Suche dann, ne? Da vielleicht. Yeah, land. Könnte ich da auch machen. Land. Alles gut. Ja. Sprechfäller bei Iwaro sage ich auch nicht Request-Erfaktoren, sondern was sagst du denn? Sagst du gar nichts? Und du? Oder wie? Du bist aber nicht der, was in Innsbruck steht, oder? Ja, das Trend 9252, muss ich direkt mal schauen, weil der hat ja auch nur sein. Nö, bist du nicht. Rhyna 09921, design flight level 130. Descend flight level 130, Rhyna 09921. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. KLM283, good evening, Wien Raider identified. Nö, nö, nö. 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 Nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. nö, nö. nö. Nö, nö. Nö, nö. 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 Nö, nö. Nö. Nö, nö. Nö. Nö, nö. Mike to the apron, leaving approved, wünschen, schönen Abend, ciao, servus. Via Mike to the apron, get a choice, leaving approved, wünschen, happy, so, und so, six, servus. Absurd, Raider, Easy-Tree-Eco-Alpha, good evening, sir, we are at flight level 190, press inbound Lumos. Easy-Tree-Eco-Alpha, good evening, Wien Raider, identified, Clamfly level 250. Clamby to flight level 250, Easy-Tree-Eco-Alpha. Oldie Niner 239er, design flight level 130. Design flight level 130, Oldie 9239. Austrian 952, requesting push and start. Austrian 952, push and start up is approved, Q&H 1021. Lufthansa 299, request descent. Lufthansa 299, request descent. Lufthansa 299 for descent, contact Wien Raider 13435, good evening. 13435, Lufthansa 299. Lufthansa 299 on Bloks. 2907, have a nice evening, goodbye. Thank you very much, goodbye. 2907, have a nice evening. 3907, can you confirm the frequency please, once again? The frequency, 135.275. Going to Ljubljana Center, 135.275, Rheana 0,921, danke, and goodnight. Auch goodnight, sir. Only 9239, presently 285. Only 9239, you will able, reduce speed 250. iPhone? Okay, reduce speed 250, ULS. 250, ULS, only 9239. I'm sorry, I'm sorry, did you contact me? He is easy to record. Negative. You have ... I'm sorry, I'm sorry. Um Gottes willen, there goes to about that. Lucas, Ahoi. Da geht es wirklich zu Ihnen, he. Bist du Wahnsinnig. Moskau, ja absolut, bin ich gleich dabei. Ja, sag, wann es losgeht. Also Moskau, ich weiß nicht, wie Moskau und Spotten mäßig ist. Also Scheramed Dievo oder Tomodewo, muss man mal schauen. Aber sonst wäre es sicher ganz nice. Oldie 902390 due to traffic, stop, descend, level 140. 140, Oldie 9029. KLM 283, descend, flight, level 130. KLM 283, Wienradar. Oldie 902390, contact Ljubljana, send, 135.275, servus. 35275, only 9229. KLM 283, descend, flight, level 130. Affirm. Wienradar, nahabend, Lufthansa 249er on flight level 240 with direct 2 raster. Lufthansa 249er, guten Abend, Wienradar, identified. Continue climb, flight level 280. Continue climb to flight level 280, Lufthansa 249er. Wienradar, guten Abend, hallo, Austrian 2482, passing Zagreb, inbound, Obuti, flight level 310. Austrian 2482, servus, Wien, identified, Obuti, one whisky arrival. Obuti, one whisky arrival, Austrian 2482. Austrian 952, requesting taxi. Austrian 952, taxi, holding point, runway 08 via Alpha. Holding point 08 via Alpha, Austrian 952. Easy 3, eco alpha, design, flight level 130. Erasmus 2380, send 458 via Alpha. документы, einge Team 10, eco alpha, Bride. кол roman 2230, column, ear ver again a micro veggie. Austrian 352, flight level 120, Linwand, frontenberg. Theniembre comes 2020 Halb топz. Australian NFL 952, servus, Wien, identified. Lock, DeMIS 26. urg 1529, install. ə하ți H Krajowson 5230. Schaut gut an, Sori. Gut, I have traffic permitting, we might do some touching goals and run with 08. Triple two! Danke schön! So. Uh, da gibt's First Responsives auf Ljubljana Tower. In Ljubljana ist der Horror, sorry, ein Flugzeug auf 15 nautischen Meilen und ich darf nicht abheben. Sowas ärgert mich auch immer, ja. Du bist dann wahrscheinlich, warte mal, die reine 3X Ray Charlie, ist das korrekt? Ja. Ja. Das schaut ja wirklich gut aus, ne? Das ist zwar nicht wo die Landepang geht, aber das ist da, ja gut. Ah. Naja. So. 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 0-2-1, Austrian 2-2 Austrian 9-5-2, Windkamera in 0-8, cleared for takeoff Cleared for takeoff, 0-8 Austrian 9-5-2 Ne, die Lufthansa 2-4-9, er stand da jetzt 15 Minuten, hab gewartet, drei Flugzeuge auf so lange im Final und da lässt niemanden los Wieso ist das so? Wildcat 7-1, descend Flight Level 1-7-0 Flight Level 1-7-0, descend Wildcat 7-1 Ei, 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 ja Wien, hello again, Easy 8-4 Romeo Delta, with you climbing Flight Level 2-3-0, 4-3-6-0, inbound Air King Easy 8-4 Romeo Delta, good evening again, Wien Raid identified So, da geht's dann zu München Easy 3, Echo Alpha, contact Ljubljana, 1-3-0-2-2-5, bye-bye 1-3-5, descend 278-2-8-0, easy per pass, thank you very much for yourself, have a good day, bye-bye Negative Frequency 1-3-0-2-2-5 1-3-0-2-2-5, thank you very much for that Lufthansa 2-4-9, contact Wien Raider 1-3-4-3-5, schönen Abend, servus Wien Raider 1-3-4-3-5-0, tschüss, schönen Abend auch, tschüss Ah, der ist ja schon die Lufthansa 2-4-9, mein Gott, nein, ich hab das jetzt überhaupt nicht Kraft Äh, okay Austrian 2-5-9, squawk Charlie, bitte Squawk Charlie, 9-5-2, Austrian 9-5-2 Austrian 9-5-2, in Raider contact, continue climb Flight Level 3-1-0 Continue climb Flight Level 3-1-0, Austrian 9-5-2 Wien Raider, schönen guten Abend nochmal, Lufthansa 6, Papadengo Luft Level 2-1-6, 4, Flight Level 2-7-0, inbound, Lumos Lufthansa 6, Papadengo, hallo again, Wien Raider, identified Austrian 9-2, Austrian 9-2 After Rathenberg heading 2-1-0, cleared locked DM-E East 2-6, äh, report when breaking off After Rathenberg heading 2-1-0, cleared locked DM-E East 2-6, vocal breaking off, Austrian 9-2 Wildcat 7-1, no for other ATC, Unicom, have a nice evening, bye-bye Frequency and change approved, thanks for your AED health, tschüss Ja gerne Für das bin ich doch da. Oder? Du 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 Du. Easy 8 for Romi Delta, hello sir, welcome on my live stream, your message and Ljubljana tower is horrible, oh my god, shit, they didn't expect so much traffic, yeah that's possible, that sounds not good if everyone is talking good about this tower and it's not good if the tower is not good enough at a big event like this, yeah, so this is a really really short airbridge and this is total normal and of course totally of understanding that here is a lot of traffic expecting, so yeah, I don't know, that's not my problem actually. Wien Raider, a wonderful evening, the Lufthansa 4 Golf Tango climbing to flight level 270, currently 250. Lufthansa 4 Golf Tango, hello, Wien Raider identified. So, der geht zum Operator. Ja, wieder telefonieren, es handelt, guffen wir schon wieder, 50.000 Leute an der Hei. Jo, kurz Zeit zum Telefonieren jetzt, ja. Jo, I was waiting 15 minutes for AI-F-A-Clearance and 10 minutes short of runway. Ja, okay, at a big event like this, you have... Wien Raider, good evening, Adria 137, on flight level 220, inbound, Ospen. Adria 137, good evening, Wien Raider identified. At a big event like this, of course, you have to wait for a long time for your clearance. I'm not really sure if there is a delivery online, but I guess not. I remember there at a time, I guess there was another airbridge outbound of, I guess from Istanbul, anywhere to Russia. I'm not really sure if this is correct. Adria 137, good evening, Wien Raider identified. Oh, Adria 137, good evening, Wien Raider identified. And I had a waiting time for my clearance, I guess, more than 20, 25 minutes. There was 20, 25, up to 30 guys, 30 pilots in the channel in the same time. And everybody's talking, I want my clearance, I want my clearance. It was horrible. This was so crazy. Really. Okay. So, is there any special, at the moment, Up Raider, Up Raider, North Raider, next is Up Raider, Ljubljana Up Raider. He's inbound Radley. We have to expect the Radley at flight level 170. Okay. Lukas, was hast du schon wieder geschrieben da? Nachricht vom Google Moderator Team gelöscht. We are in the Google Moderator Team, um Gottes willen. Sollen das sein? Was hast du geschrieben? Austrian 24A2, contact Wien Raider 134.35, schönen Abend, servus. Wien Raider 134.35, schönen Abend, danke dir, ciao, bis zum nächsten Mal, Austrian 24A2. Wien Raider, Walkat 01, flight level 350. Walkat 01, hallo, Wien Raider identified. Lufthansa 6 Papatango, das ist ein Flight Level 130. Das ist ein Flight Level 130, Lufthansa 6 Papatango. Ja, Deutschland ist wieder ein anderes Gebiet, ja. Also Deutschland, ja. Pfff. Kein Kommentar, ja. Da sage ich jetzt mal nichts dazu. Nein, es ist eh alles recht und schön, ja. Aber, gut, vielleicht haben sie überhaupt keinen anderen nicht gefunden und der hat es halt gut gemacht. Oder hat sich einfach bald genug eintragen. Ich weiß nicht, die Daten haben wir in Österreich genauso, ja. Die, was sich da recht bald immer eintragen bei Real Flight Events oder Air Bridges oder sonst irgendwo. Und dann ist er vor allem ein bisschen mehr Traffic da und dann schaut so, Hilfe. Ich habe fünf Flieger gleichzeitig, wieso ich das jetzt schaffen, ja. Ja, die Leute gibt es leider wirklich, ja. Aber gut. Ist ja doch, sei es egal. So in sich spülen damit. Du playtest halt immer für die Piloten, ne. Weil die, die freuen sich da auf viel Traffic und hin und her. Und es ist einfach wirklich geil zum Kontrollen, wenn du so viel, viel Flieger hast und alle Kontrollen helfen so ein bisschen zusammen. Und du kannst schon staffeln und einen reinlassen, einen rauslassen, einen reinlassen, einen rauslassen. Also da macht es wirklich Spaß. Ja, für beide Seite dann, ne. Pilot denkt ja, wird schnell abgefertigt. Astrian-Triple 2 ist breaking off, aber warum? Astrian-Triple 2, wenn kam, ranwe 08, cleared for touch and go. Astrian-Triple 2 ist bereit. Adria 137 ist bereit für eine Deskendung. Adria 137 Deskendung, Flight Level 170. Deskendung auf Flight Level 170, Adria 137. Austrian 222, eine kurze Frage. Willst du für eine Visual-Aproch für Runway 08 oder direkt nach Rathenberg? Ich möchte eine Visual-Achstelle machen. Wir fliegen einfach nach Runway, über 5,000 ft und eine Visual-Achstelle für 08. Das klingt perfekt, alles ist jetzt bereit. Vielen Dank, 222. Adria 9, Mike, Report Speed. Lufthansa 4, Golf Tango, Report Your Speed. 3.03 Adria 9, Mike, Wien Raider. Ja, Adria 9, Mike. Adria 9, Mike, Report Your Indicated Speed. Indicated Speed is 310 knots. Adria 9, Mike, Reduce Speed 270 knots or less. Reduce to 270 knots, Adria 9, Mike. Oh. Wien Raider, schon guten Abend, Lufthansa 1710, passing 250 for 290. Lufthansa 1710, hallo, Wien Raider identified, continue, Level 350. Up to Flight Level 350, Lufthansa 1710. Wien Raider, War Cat 01, ready for departure. Ready for descent hurrying. Wildcat 01, no problem, continue, design Flight Level 170. Adria 137, contact Lubljana 130.225, bye bye. Contacting Lubljana 130.225, bye bye, thank you. Adria 9, Mike, Descent Flight Level 130. Descent Flight Level 130, Adria 9, Mike. Lufthansa 6, Papatango, contact Lubljana, Radar 130.225, servus. One, three, zero, two, two, five, two, five, two, six, Papatango, servus, good night. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Good. Go ahead. Go ahead. Go ahead. EZ 8 4 Romeo Delta, Contact München, 129.1, Servus! 1.4, Servus! Tschüss! While departure from Lubljana I heard one guy reporting laser lights on short file. That's why performed the go around. It was Franken1, ok, Franken1, the crazy guy, I remember him. I reported it to control. I just saw one of the Heli-Video, which is destroyed. Bestes Gerät. Thank you. Ja, und ich finde das einfach so geil, weil das so einen geilen Copter-Sound hat, einfach das geilste Teil ever. Oh ja, haha, weil Cat01 kontakt Ljubljana 130.225, servus. Rainer 3X-Ray Charlie, good evening, Wienradar identified, climb Flight Level 320. Ljubljana 4, Golf Tango, kontakt Ljubljana 130.225, servus. 130.225, schönen Abend noch, Ljubljana 4, Golf Tango, tschüss. Austrian 222 is airborne again, climbing 5000, to rum. Austrian 222. Oh ja, also die Eurocopter, die kennt man sowieso ohne aus, ne? Eurocopter hin und her, oh, herrlich. Adrian Niner, Mike, you're frozen? Yeah, Flight Level just frozen for a minute, we'll be online back. Okay, no problem. Also, motorb心, 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 motorb心. Okay, nun, nur für den Berndung rund um, erいい, wenn der Berndung der Berndung ist. Adria Nanamaik, works perfectly. Michael, grüß dich. Natürlich darfst du neugierig sagen. Grüße aus der Steinmark. Hallo aus Österreich. Bist du nur auf IWAU aktiv oder Flugsimulation X-Plane DCS oder Tower 3D auch? Nein, also ich bin rein IWAU-technisch. Sowohl fliegen als auch Lotsen, wie ich halt jetzt gerade. Aber ich bin im FSX unterwegs. Also X-Plane oder Prepare oder so. Ein Teil habe ich noch nicht drauf. Ich bin noch im Old Style. Aber egal, funktioniert einwandfrei. Ich hoffe, ich habe es nicht verschrien jetzt. Also wirklich, läuft super. So, was tut sie da jetzt? Da ist die Adria, die fliegt eh drüber. Naja, schaut ziemlich finished aus mit der Airbridge da, he? Ah, Ryanair kommt nur daher da. Der geht auf Innsbruck. Ja, schaut gut aus, schaut gut aus. Ah, da sind noch ein paar Boarding nach München. Aber im Großen und Ganzen haben wir es glaube ich kurz geschafft. So, monitor Unicum. Austrian-Triple-Two, you plan another touching, go. Hey, favorit. Okay, Austrian-Triple-Two, we have one inbound traffic. Uh, he will soon on the localizer. Uh, so. Ja, wie machen wir das? Uh, are you able for a 1.8 after departure for runway 26 landing? I will be able to do that. Uh, for now I'm not. Uh, now I have to continue to runway 0.8. But I suggest after the touching go on 0.8 to continue on the north side of the valley, visually, until we pass the incoming traffic. Yeah, that sounds perfectly, that's what I mean. Uh, so I will give you traffic information when you come close to him. But now, wind camera runway 0.8 cleared for touch and go. Cleared for touch and go 0.8. Austrian-Triple-Two, perfect. Adrianana Mike, contact Ljubljana, radar 130.225, bye-bye. Contact Ljubljana, radar on 135.275, thank you for the service. Auf Wiedersehen. At the frequencies 130.225. I'm not sure. I'm not sure. Wien Reda, hallo, schön, graben. Trottetee, open. 19,300 climbing, 260,000. Holliday1284, hello again, Wien Reda, identified. ator square, curious. Ho, bono. Und Ryanair 3xray Charlie, Request Ascent. Ryanair 3xray Charlie, Descent Flight Level 200. Descent Flight Level 200, Ryanair 3xray Charlie. Lufthansa 1710, Kontakt Ljubljana 130.225, Schönen Abend, Servus. 130.225, Servus und ebenfalls Schönen Abend, Lufthansa 1710. Die Holiday 1284 ist ein Kollege von dir, sehr schön. Ab Minute auch. Ryanair 178, Guten Abend, Wien Räder Identified. Wir haben einen guten Abend, nichts, guten Morgen. Okay, ist immer schön, wenn die Ausleihen der Deutsch reden. Minute 028 in diesem Video von dir. Ist der beste Sonntag jetzt, ja, sauber. Ja, es ist wirklich geil, dass da zwei gekommen sind. Ich meine, eh tragisch, blöd genug, ja. Sind aber alle ganz gut rausgekommen, ja. Aber da ist so ein extremer Wind gegangen. Du hörst, man hört das ja im Hintergrund. Das ist einfach so geschissen. Depp, hm, da muss ich ein bisschen aufpassen. Es ist einfach so schade gewesen. Aber ja, da hat selbst mein roter Video-Mikrofon mit der toten Katze drauf nichts mehr geholfen. Ja, also da war so ein heftiger Wind. Richtiger Wintersturm war da. Aber ja, gut, hilft dir nichts. So, dann schieben wir auch gleich dann zum North auf. Später dann. So, wie geht es sich denn mit den zwei aus? Müsstet ihr sie schon ausgehen? Wienradar, g'day, Reiner 243-Mike. We are climbing Flight Level 187 with you. Reiner 243-Mike, hello, Wienradar identified. Okay, Ostrand 222, sound, uh, looks perfect, uh, traffic information, the other, uh, traffic is now on 11 miles final, 7,500 descending. Roger, we'll remain on the north side of the valley, Ostrand 222. We'll probably climb to 9,500. Ostrand 222. Thank you. Reiner 3xray, Charlie, contact Wienradar 134.35, bye-bye. Wienradar 134, uh, sorry, last call sign, could you say again for Reiner 3xray, Charlie? Of course, frequency 134.35. 134.35, Reiner 3xray, Charlie, thank you very much. Ja, der Sand ist schon ein bisschen zum Hören. Irgendwie, wenn man es hören will, hört man es schon, ja. So, das sind die zwei, das schaut ganz gut aus, ja. Ja, natürlich. Saunender, mein Gott, drei Meilen, pfff. 6.500, oh, das geht ja Lukas, der hat noch in sich, der landet da, oder nicht. Mal schauen, ob er es schafft. Ist ja auch nicht immer so sicher in Innsbruck. Das... Vielen Dank. Oh, another streamer is incoming. And Austrian 222 is ready to turn around. Back to Innsbruck. Austrian 222, you can make a right 180 and follow the other aircraft on final runway 26. Report when braking off. Roger, right turn back towards runway 26 behind the other aircraft. We'll report braking off. Austrian 222. Wien Center, schönes guten Abend. Lot 007, climbing flight level 150, direct raster. Lot 007, hello again. Wien Raider identified. Not again. I have never got any on it. Again. Wurscht. So, next, next, next. Nach Wien. Holiday 1284, contact Wien, Raider 134, 1035. Schön Abend, servus. Raider 134, 1035. Thank you, bye, Holiday 1284. So, was tut sie denn da in Ljubljana unten? Ja, das schaut schon gut aus. Looks gut, looks gut. Es gibt es ja, es ist ja das neue IWAG V2.04 auszukommen. Und da gibt es jetzt bei dem CPTLC, also bei der Clearance da, wenn man auf das Sit klickt. Wenn man die Runway auswählt, ja, zum Beispiel, ich lasse dann aus die Runway 08, dann schlägt schon vor, Rokogol 3 Juliet Departure. Ich kann aber auch Alternate Sits ausgeben, wie zum Beispiel in Wien, wenn die Night Abatement Departure Sits aktiv sind, kann ich da auswählen. Und dann schlägt es mir gleich den Squawk 46113, ja. Das ist ganz cool. Weil dann brauche ich nicht mehr da rechts, ich habe nämlich dasselbe Gerät da gehabt, so rechts, ich habe da über Skumari, wird ja ausgewertet. Und da habe ich da immer das Tablet rechts von mir liegen gehabt, und dann habe ich da immer so geschaut, hm, die Skolzen hat gekriegt den Squawk. Und der steht jetzt, sagt, da habe ich gleich herinnen, ja. Ich brauche dann immer so rechts links schauen, sondern sehr, sehr geil, ist schon inkludiert, jetzt ist wieder ein neues Feature. Ist sehr cool. Fällt mir gefallen. Fällt mir gefallen. Der ist doch nicht schon mal da gestanden, die Hansalander, ne? Ich brauche das. Rheiner 243 Mike, entang virusend Nr. Entang virusend Nr. Ryanair 243 Mike, contact Wienradar, 134.35, bye bye. 134.35, thank you for your attention, bye. Wien, hello, Civil Air Ambulance, 985, level 130 in Bantulsi, Tulsi 3, also. Sule 985, hello, Wienradar, I identify, descent 9500, QNH 1022. 9500, 1022, confirm. Affirmative. Austrian 222 is breaking off over rum for touch and go 08. Austrian 222, wind camera runway 08 cleared for touch and go, thereafter, climb 5000 right, right downwind runway 08. Clear touch and go 08, thereafter, climb 5000 into right downwind 08. Austrian 222. Wienradar, guten Abend, Lufthansa Niner, Papa X-ray, flight level 3, fast 0. Lufthansa Niner, Papa X-ray, hallo, Wienradar, I identify. Wienradar, service the Adria 108 on flight level 2, 2, 0. Adria 108, guten Abend, Wienradar, I identify. Firmative. Cleared Lock, DME East, runway 26. Flag in the heading, out of Rattenberg. Heading 210. Out of Rattenberg, heading 210, cleared localizer, DME East, approach runway 26. Out of Rattenberg, DME East, runway 26. Out of Rattenberg, DME East, runway 26. Out of Rattenberg, DME East, runway 26. Und wie schaut's in München aus? Ist gut. Mega viel Traffic, gell? So schaut's eh aus von da, also. Ja, okay, jetzt lasst ein bisschen nach, aber das war's jetzt wirklich sehr, sehr viel. Ja, aber so soll's auch sein, ja? So. Lot 007, contact winradar134.35, schönen Abend, servus. Guten Morgen. Winradar135.1 Yankee heavy, level 150.2 Unken. Winradar135.1 Yankee heavy, level 150.2 Unken. Winradar135.1 Yankee heavy, medalist Biden. Winradar135.1 Yankee heavy, level 45.1 Yankee heavy. Rheiner 178, contact Ljubljana 130.225, have a nice evening, bye-bye. Rheiner 178, switch on Ljubljana 130.225, thank you for your saves, have a nice day. Rheiner 178, switch on Ljubljana 130.225, good evening, Rheiner 178, you cleared for the Ljubljana 1 Whisky arrival. Descent to flight level 170 and Ljubljana 1 Whisky arrival, Adria 136. And please confirm runway 29 or E-news in Vienna, Adria 136. Correct. Civil Ambulance 985, localize established, 26. Ambulance 985, wind calm, continue, there is another traffic circling on right downwind runway 08, yeah, the wind is calm. Roger, continue, should we also expect runway 08 for the approach or runway 06? Uh, however you want, if you wish 08, no problem. Can I go out of cockpit for just a minute, Adria 136? 136, report back. Report back, Adria 136. Civil Ambulance 985, you would prefer to break off runway 08 later on. 985, perfect, report when breaking off. Winzer 51 Yankee request. Winzer 51 Yankee, go ahead. Winzer 51 Yankee request after Lutlo, direct to X-Ray Zulu 821 for the RNF 26 left. 5-1 Yankee is approved. Keine Ahnung, I have me that just not looked at. You have to do that, thank you. Perfect. Wien, servus, der Berlin 7709, flight level 200. Er Berlin 7709, servus, Wien, radar identified. Back in cockpit, Adria, 126. 136. Astrian 222, ride downwind 08 for touch and go. Astrian 222, wind calm runway 08, cleared for touch and go. After touch and go, fly again heading to the eastbound. South of the Alps, there is another incoming traffic, now descending 900 for a circling runway 08. Clear touch and go 08, thereafter will remain on the north side of the valley, Astrian 222. Adria 108, contact Wien, radar 134.35, bye bye. 1-3-5-3-5-0 for Adria 108, thank you for service and another nice stream, yeah, ciao. Okay. Adria 108, ja, hello, oder schon wieder vierte, ja, wie auch immer, ja. Lufthansa 47, design flight level 130. Design flight level 130, Lufthansa 47. Lufthansa 9, Papa X-Ray, contact Lufthansa 9, Papa X-Ray, center 130.225, schönen Abend, servus. Lufthansa 9, Papa X-Ray, contact Lufthansa 9, Papa X-Ray. Flight level 170, Adria 130, you are good on this flight level, I will call you for further descent. This second for Adria 136. I will call you for further descent. Roger, Adria 136. Okay, sender's machen dann gleich einmal zu. Ah, wie find'n jetzt denn wieder raus, da, hey? Grrrr. Eiligen Quesen Re W Thank you! Moskijau Annเส, Kommijau Amulanz9985, kannst du deinen Braking jetzt starten? Ja, kein Problem, wir sind Braking. Ja, kein Problem, wir sind Braking. Und wir haben die Trafficking Insights, wir haben gar nicht mehr. Sehr gut. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Okay, Unicom, 122.8, danke für den Service und nochmal einen schönen Rest Stream. Vielen Dank. Und tschüss. Wien Raider, schönen guten Abend. Hanserlein 281 auf dem Runway 08 in Innsbruck. Ready for take off. Hanserlein 281, servus Wien Raider, ersten Ball. And Austrian 222 has the traffic, we'd like to follow him to Runway 08. Austrian 222 make a right turn, right downwind Runway 08. Right turn for a right downwind 08, Austrian 222. Lufthansa 47, contact Lufthansa 130.225, bye bye. Lufthansa 130.225, schoenst du noch, schoenst du noch, schoenst du noch. Hanserlein 281, Windkamera NW 08, cleared for take off. Cleared for take off. Cleared for take off. Hanserlein 281. So, jetzt lassen wir den nur starten. Und dann, ja, adios. Adria136, you can start now your own descent at own discretion. Radar is soon offline switched, Unicom 122, that's my late, bye bye. Descent on own discretion, Radar going offline. Thank you for control, have a nice day. Auf Wiedersehen, Adria136. Wien zur 5 von Yankees with Unicom. Viel Spaß bei deinem Approach, servus. Gute Nacht. Ambulanz 985, Windkamera NW 08, cleared for land. Ambulanz 985, Windkamera NW 08, cleared for land. NW 08, cleared for land. Civil Ambulanz 985. Red for going offline, ja. Ja, ich bin jetzt dann gleich offline. Also die zwei Leute sind in London und dann ist adios. So, wie heisst das jetzt wieder da? Hansa Line 2-Head-1, Squawk Mo Charlie, bitte. Squawk, äh, Squawk Charlie, sorry. Vor lauter Überraschung, dass du da bist. So, jawoll, so muss das sein. Drei Leute da. Wunderbar, das bringt auch nicht gleich ein Wert zusammen. Yeah. Aber der ist unspektakulär, die zwei mein Gott, nein. Ja. Pfff. Das ist auch nicht tragisch. Wienreda, guten Tag. Wienreda, hat dich der Ljubljana jetzt zu mir geschickt? Das glaube ich nämlich nicht. Äh, bitte sag ich nicht, ich verstehe dich nicht. Wienreda, hat dich jetzt der Ljubljana zu mir rüber geschickt? Äh, nein. Aber ich dachte, ich soll dich kontaktieren. Nein, ich bin nämlich gleich offline, du kannst auf Unicom weiterfliegen. Ach so, okay, gut. Äh, dann gehe ich mal auf Unicom. Trotzdem. Schönen Abend. Hansa Line 281, Climb Flight Level 160. 1-6-0, Hansa Line 281. Austrian 222, ride down, mint 408, request full stop. Austrian 222. Und brava. Franziska Line 281, Und brava. Wir sind sehr, sehr gearbeitet. Ja, ich sehe, klar. Ausdruck von Ebron, vielen Dank für den Servi... Austrian-Tripple-Two, Windkamera, Anwe 08, Clip to Land. Clip to Land 08, Austrian-Tripple-Two. Hansa Line 2-8... Wienrader, Hansa Line 2-8... Hansa Line 2-8-1... Contact München, 129.1, schönen Abend, Servus! 129.1, danke. Nur eine Frage, mache ich jetzt echt einen Rechts-Türn Richtung Kogol? Nee, du fliegst jetzt raus bis Rathenberg und machst dann einen Linkstürn nach Kogol. Left-Türn, alles klar, danke. Und irgendwie hängt mir Iwak zuerst wieder. Simon, danke fürs Zuschauen, ich wünsche einen schönen Abend. Uniform. Irgendwo spackt bei mir jemand rum da heu. Auch bei der Arsch. Glaub, das ist schön, weil ich da so viel offen hab da. So, wie lange waren wir denn online? 2 Stunden 43, um Gottes willen erst. Das tut's wieder. Ja, in diesem Sinne sage ich jetzt schon mal danke fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend, bis zum nächsten Livestream. Adios. Ich warte zwar jetzt zwar nur, bis das die Triple Two da unten ist, aber dann bin ich auch weg. lucky sind. Hold the Line. So, ausgezeichnet. So, ausgezeichnet. Und adios.